Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie ich die Online-Leistungskontrolle in den Grundlagen der Elektrotechnik im Sommersemester 2022 gelöst hätte. Ich gebe zu, so ganz realistisch ist das wieder nicht, weil ich habe mir diese Aufgaben ja auch mal ausgedacht. Das wiederum ist jetzt auch schon eine kleine Weile her und ich kriege ja trotzdem andere Zahlenwerte. Nichtsdestotrotz probiere ich das jetzt mal so in ungefähr 30 Minuten, hoffe dabei keine Fehler zu machen und habe mir hier drei Programme zurechtgelegt. Einmal hier unten das Browserfenster, in dem sehe ich die Fragen und tippe die Antworten ein. Dann habe ich hier als schlauen Taschenrechner GnuOctave offen, in dem ich auch den Editor hier so ein bisschen nutzen werde. Und nebenbei hier auf der Seite habe ich noch ein Zeichenprogramm, um mir vielleicht ein paar Notizen zu machen, ein paar Formeln aufzuschreiben. So, ich klicke jetzt mal auf Versuch beginnen und kriege die erste Frage, die da lautet, ein umkapazitiver Verbraucher besteht aus einem Widerstand und einer Kapazität und wird an einer Spannungsquelle betrieben, die einen bestimmten Effektiv hat und eine Frequenz hat und die Scheinleistung ist gefragt, die in diesem Verbraucher umgesetzt wird. So, also das sieht auch erstmal nach einem sehr umfänglichen Lösungsweg aus. Ich starte mal ein neues Skript, mache mal ein Clearall am Anfang und tippe mal ein R sind 22, C sind 65, Mikro sind E hoch minus 6 und die Spannung sind 173 Volt und die Frequenz sind 40 Hertz. So, und dann ist die Scheinleistung gefragt in Volt Ampere. Also da könnte man mal die komplexe Scheinleistung ausrechnen. Das wäre halt die Spannung mal das Konjugiertkomplexe von dem Strom, der da fließt. Und den Strom kriegen wir raus, indem wir U durch Z gesamt rechnen von dieser Reihenschaltung. Und Z gesamt wiederum kriegen wir raus, indem wir die Impedanzen der Einzelelemente addieren. Das ist R plus Z, C. Und das Z, C wiederum bekommen wir raus, indem wir 1 durch J mal Omega mal C rechnen. Aber dann brauchen wir noch das Omega, die Kreisfrequenz, das ist 2 mal Pi mal F. So, das sollte eigentlich so funktionieren. Dann klicke ich mal hier auf Ausführen und speichere das mal als RC-Reihe. So, und dann gehe ich zurück ins Befehlsfenster. Jetzt haben wir hier dieses komplexe S. Von dem will ich jetzt ja aber nur den Betrag haben. 461,11. Aus dem Punkt muss ich ein Komma machen. Klicke auf Prüfen. Okay, das ist schon mal richtig. Damit kommen wir zur nächsten Frage. Wieder der gleiche Verbraucher. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist der Effektivwert des Stromes? Den Strom habe ich ja glücklicherweise schon mal ausgerechnet. Da kann ich einfach das mal abfragen. HBSI ist der Betrag, ist der Effektivwert. Wenn man hier eine Spannung als Effektivwert drauf gibt, kommt natürlich auch ein Effektivwert des Stromes bei raus. Ich mache wieder aus dem Punkt ein Komma, prüfe, das passt. Okay, nächste Frage. Wir haben einen Widerstand. Das ist jetzt eine neue Frage. Ich muss mal hier ein neues Skript aufmachen. Ich nehme wieder ein Clear All. Wir haben einen Widerstand mit 4,4 Kilo Ohm. Kilo sind 10 hoch 3. Eine Kapazität mit 19 Mikrofarad. Mikro sind 10 hoch minus 6. Und eine ideale Spule oder Induktivität mit 7 mHm sind 10 hoch minus 3. Und jetzt ist die absolute Bandbreite gefragt dieses Parallelschwingkreises. Und jetzt muss man natürlich irgendwie wissen, wie diese Formel halt lautet, um die absolute Bandbreite dieses Parallelschwingkreises auszurechnen. Und die ist 1 durch R mal C. Und dann kommt halt die Bandbreite in Bezug auf eine Kreisfrequenz raus in der Einheit Radiant pro Sekunde oder 1 durch Sekunde. Das führe ich mal aus und speichere das mal als Parallelresonanzkreis. Ich gehe ins Befehlsfenster und schaue mir hier das B-Omega an. Und das ist ein 11,9 irgendwas. Tippt das mal hier ein Tipp auf Prüfen. Das ist richtig. Okay. Nächste Frage. Eine Parallelschaltung aus einem Widerstand. Das ist wieder eine neue Aufgabe. Wieder ein kleines Clear All. Ein Widerstand von 37 Ohm. Eine Induktivität von 231 mmHm. 10 hoch minus 3 Henry. Und die sind betrieben an einer Stromquelle mit 1,6 Ampere. Und wieder eine Frequenz ist gegeben mit 46 Hertz. Und die sollen jetzt parallel geschaltet sein. Widerstand und Induktivität. Und jetzt ist der Scheinleitwert, also der Betrag der komplexen Admittanz dieser Parallelschaltung gefragt. Die können wir jetzt relativ einfach und straight forward ausrechnen, indem wir sagen, okay, das ist die Admittanz einer Parallelschaltung ergibt sich aus der Summe der Einzeladmittanzen der Bauelemente. Das Yr ist die Admittanz von dem Widerstand ist einfach 1 durch R. Die Admittanz von der Induktivität ist 1 durch J mal Omega mal L. Und dafür brauchen wir jetzt natürlich noch ein Omega, eine Kreisfrequenz, die ist 2 mal Pi mal F. Und dann sollte das das eigentlich schon sein. Jetzt kommt hier natürlich was Komplexes raus und davon nehme ich am Ende einfach wieder den Betrag. Führe dieses Skript mal aus. Nenne das jetzt RL parallel. Und gehe zurück ins Befehlsfenster, um mir hier das Y gesamt auszugeben. Das ist wie gesagt erstmal komplex und davon nehme ich jetzt den Betrag. Ich habe alles in Grundeinheiten eingegeben. Also sollte das ja auch in Siemens rauskommen, kopiere das mal einfach rüber, mache wieder aus dem Punkt ein Komma, klicke auf Prüfen. Das ist richtig. Okay, nächste Frage. Ein Leitwert und eine Induktivität sind in Reihe geschaltet. Und jetzt ist die duale Schaltung gesucht. Das ist wieder eine neue Aufgabe. Hier mache ich mir mal tatsächlich vielleicht eine kleine Skizze. Also wir haben einen Leitwert. Der sieht natürlich aus wie ein Widerstand. Und eine Induktivität. Die sind in Reihe geschaltet. Und jetzt ist die duale Schaltung dazu gesucht. Das ist dann aus der Reihenschaltung. wird eine Parallelschaltung aus einem Leitwert G und das ist das L, wird hier ein Widerstand R und eben parallel dazu eine Kapazität C. So, und jetzt muss man nochmal den Satz lesen. Die Admittanz gesucht ist die duale Schaltung, deren Admittanz, also die Admittanz der dualen Schaltung, schreiben wir erstmal hin. Und die Admittanz, wie gerade eben, ergibt sich aus der Summe der Einzeladmittanzen, also 1 durch R plus J Omega C. Deren Admittanz in der Einheit Siemens, also wir müssen mal hier durch Siemens teilen oder hier durch Siemens teilen. Die soll jetzt so groß sein, ich bitte das hier zu entschuldigen, dass das Gleichheitszeichen nicht auf Höhe des Bruchstriches ist. Das ist hier so ein bisschen gefuscht. Soll so groß sein, also 6 mal so groß sein, wie die Impedanz der Originalschaltung in der Einheit oben. Also 6 mal die Impedanz der Originalschaltung in der Einheit oben. Und die Impedanz der Originalschaltung ist die Summe der Einzelimpedanzen, das ist 1 durch G plus J Omega L. Und das eben mal 6 durch Ohm. So, und jetzt ist gefragt, wie groß ist der Widerstand in der dualen Schaltung? Also wie groß ist der Widerstand hier? Ich nehme mal eine andere Farbe, blau. Also wir suchen diesen Widerstand hier. Und was ich jetzt noch so Trick 17 mäßig machen würde, ich würde mir mal das Siemens hier rüber multiplizieren. Dann würde hier noch ein mal Siemens stehen und mal Siemens. Und Siemens ist ja wie 1 durch Ohm, also ich kann ja auch ein Ohm Quadrat dran schreiben. Und ja, und dann sehen wir halt, okay, dass der, also einfacher Koeffizientenvergleich, der Widerstand hier auf der Seite muss ja dann so groß sein wie das hier. Also G Sechstel, wenn wir, wenn das G in Siemens gegeben ist und wir den Widerstand da oben rausbekommen wollen. Also klicken wir mal hier duale Schaltung, also ein neues, ein neues Skript, ein Clear All. Also der Leitwert ist 9. Die Induktivität tippe ich gleich schon mal ab, sind 10 Milli. Milli sind wieder E hoch minus 10 hoch minus 3. E minus 3. Und ja, jetzt brauchen wir diese Formel. Also R ist G durch 6. Das ist eigentlich schon alles. Ziemlich lange Herleitung für ziemlich einfache Rechnung. Guck, das nenne ich mal einfach dual. Und gucke hier raus, was da rauskommt. Das kann man jetzt eigentlich wahrscheinlich einfach im Kopf rechnen. Also 9 durch 6 sind 3 halbe 1,5. Tippe ich mal hier ab 1,5. Gehe auf Prüfen. Okay, passt. Ist richtig. Nächste Seite. Ein Ohmschkapazitiver Verbraucher. Das ist doch das Skript, was wir schon mal am Anfang hatten. Mit den 22 Ohm und so weiter. Wie groß ist der Phasenwinkel der komplexen Admittanz der Reihenschaltung? Und das soll in Ohm angegeben werden. So, da können wir doch erst mal aus der komplexen Impedanz die Admittanz ausrechnen. Dann lasse ich das nochmal ausführen. Und jetzt kriegen wir halt Phase, sollte funktionieren, um den Phasenwinkel rauszubekommen. Gibt es hier nicht. Okay, das gibt es glaube ich noch in Matlab. Dann probieren wir mal Angle, um den Winkel rauszubekommen. Das sieht vermutlich ganz gut aus. Und das rechnen wir jetzt nochmal 180 durch Pi, um das ins Gratmaß, vom Bogenmaß ins Gratmaß umzurechnen. Eine kurze Probe. Wir haben ja eine Ohmschkapazitive Schaltung. Die sollte natürlich die Admittanz einen positiven Phasenwinkel haben. So, packen wir den mal hier rein. Punkt durch Komma ersetzen, prüfen, passt. Okay, die gleiche Frage. Wie groß ist der Effektivwert des Spannungsabfalls über der Kapazität? Das schreit natürlich nach Spannungsteilerregel. Wir rechnen die Spannung, die Teilspannung aus, indem wir die Teilimpedanz nehmen, durch die Gesamtimpedanz teilen und mal die Gesamtspannung rechnen. Führen das aus, nehmen den Betrag dieses komplexen Zeigers, um den Effektivwert rauszubekommen. 162,8, packen ihn hier rein, Punkt durch Komma ersetzen, klicken auf prüfen, okay, passt. Nächste Frage. Eine Parallelschaltung, das hatten wir doch auch schon mal. Hier war die Parallelschaltung. Und hier ist jetzt auch gefragt, wie groß ist der Phasenwinkel der komplexen Admittanz? Die komplexe Admittanz hatten wir hier gerade schon mal. Und Phasenwinkel haben wir auch schon mal von der ausgerechnet. Da kann ich mal hier mit der Hochtaste ein bisschen hochscrollen. Phasenwinkel der komplexen Admittanz der Parallelschaltung. Und der ist jetzt auch negativ, was total sinnvoll ist, weil das ja eine ohmsch induktive Schaltung ist. Minus 28,9, Punkt durch Komma ersetzen, prüfen, okay, passt. Dann haben wir wieder den ohmsch kapazitiven Verbraucher. Ich gehe zurück auf dieses Skript. Und es ist gefragt, wie groß ist der Scheinwiderstand, also der Betrag der komplexen Impedanz? Die Impedanz haben wir hier schon mal ausgerechnet. Und jetzt brauchen wir einfach den Betrag von der. Das heißt, ich lasse das Skript nochmal ausführen. Hol mir den Betrag hier raus, dieser Impedanz. Das sind 65,04 Ohm, was auch irgendwie so sein kann. Klicke mal auf prüfen. Okay, das stimmt. Nächste Seite, nächste Frage. Wir sind bei Frage 10. Ein dritter ist ungefähr geschafft. Ein ohmsch kapazitiver Verbraucher. Das ist die gleiche. Wie groß ist der Scheinleitwert der Betrag der komplexen Admittanz? Das ist das Skript hier für diese Reinschaltung. Die komplexe Admittanz hatten wir ja auch schon mal. Und jetzt brauchen wir einfach den Betrag von der. Das heißt, ich lasse das zur Sicherheit nochmal durchführen. Gebe das hier raus. Und das sind 100, Quatsch, also ja, 15,3 Millisiemens. Aber hier ist Siemens gefragt. Punkt durch Komma ersetzen, prüfen. Okay, das ist richtig. Nächste Seite, nächste Frage. Wir haben wieder die Parallelschaltung. Das sind die richtigen Zahlenwerte. Wie groß ist der Effektivwert des Stromes durch den Widerstand? Diese Parallelschaltung wird ja von einer Stromquelle gespeist. Also die 1,6 Ampere, das sind der Gesamtstrom. Das, was wir jetzt brauchen, ist natürlich sowas wie Stromteilerregel. Der Strom durch den Widerstand, den bekomme ich raus aus der Impedanz des anderen Zweiges. Da, wo der Strom nicht durchfließt, geteilt durch die Gesamtimpedanz dieser Masche. Das wäre halt R plus ZL. Und das Ganze multipliziert mit dem Gesamtstrom. Dafür brauche ich jetzt noch das ZL. Und das wäre, das kann ich hier so ein bisschen kopieren, einfach J mal Omega mal L. So, also Impedanz, wo der Strom nicht durchfließt, durch Gesamtimpedanz der Masche mal Gesamtstrom ergibt den Teilstrom. In dem Fall natürlich als komplexen Zeiger. Uh, da funktioniert irgendwas nicht. In Zeile 13. Ach ja, hinten muss ein Siebenkolon hin, statt ein Doppelpunkt. Und dann nehme ich den Betrag davon, um den Effektivwert rauszubekommen. Das erscheint auch irgendwie sinnvoll, wenn da 1,6 Ampere reinfließen, dass man vielleicht 1,4 Ampere im Widerstand hat. Das passt auch richtig. Nächste Frage. Uh, eine zeitlich, also es ist ein, schreibt nach einem neuen Skript. Und das sollte dann auch die, die, ähm, fünfte von fünf unterschiedlichen Fragetypen sein. Ich schreibe am Anfang wieder ein Clear All und schreibe halt hin. Ähm, wir haben eine Spannung, die ist für einen bestimmten Zeitabschnitt so groß, dann für einen bestimmten Zeitabschnitt so groß und nochmal so groß. Und wie groß ist der Effektivwert der Spannung? Also schreiben wir erstmal hin, T1 sind 2 Millisekunden und da ist die Spannung U1, ähm, sind minus 3 Volt. Dann haben wir T2, das sind 9 Millisekunden und da ist die Spannung, oh, interessanterweise wieder, äh, minus 3 Volt. Ähm, und dann haben wir T3 sind 6 Millisekunden. Und da ist die Spannung U3, minus 6 Volt. Nochmal kurz die Zahlenwerte kontrollieren. 2, minus 3, 9, minus 3, 6 und minus 3. So, und jetzt ist die Frage, wie kriegt man ein Effektivwert raus? Also, U effektiv ist die Wurzel vom, ähm, Integral über das Quadrat der Spannung, ähm, und dann geteilt durch die Periodendauer. Ähm, die Periodendauer kann ich vielleicht ausrechnen relativ einfach, indem ich mal T1 plus T2 plus T3 rechne. Und, ähm, also dadurch, das muss ich teilen. So, und jetzt brauche ich immer das Quadrat der Spannung. Also nehme ich, mach mal für den Zähler eine Klammer ringsrum in diesem Bruch, also U1 zum Quadrat. Und das habe ich für eine Zeit, wenn ich darüber integriere, ist das ja konstant, ähm, also mal T1. Dann habe ich plus U2 Quadrat mal T2 plus U3 Quadrat mal T3. Spannung zum Quadrat mal Zeit, Spannung zum Quadrat mal Zeit, Spannung zum Quadrat mal Zeit, ähm, ergibt Spannung. Also Volt Quadrat mal Sekunden durch die Periodendauer geteilt ergibt Volt Quadrat, die Wurzel ergibt Volt. Sollte so passen, ähm, und ich speichere das mal als, äh, Mittelwert, Effektivwert. Ich weiß, dass da auch wahrscheinlich noch, also da kommt noch eine Frage zum Mittelwert. Ähm. Geh mal zurück ins Befehlsfenster, gebe mir den Effektivwert aus 4,3 Volt. Äh, das könnte auch so stimmen, ne, wenn man hier halt 3 hat und 3 und nochmal 6, dass das irgendwo so zwischen 3 und 6 liegt. Prüfen wir mal. Okay, passt. Nächste Frage. Ein Widerstand. Und so bilden einen Parallelkreis, Parallelschminkreis, das war das hier. Wie groß ist dessen absolute Bandbreite? Äh, die Bandbreite, ähm, als Radiant pro Sekunde, die haben wir ja schon mal ausgerechnet. Jetzt brauchen wir halt, ähm, die in der Einheit Hertz. Dann nehmen wir das Omega und teilen das durch 2 und durch Pi. Weil Omega ist ja 2 mal Pi mal f, dann ist f Omega durch 2 und durch Pi. Und, ähm, ja, lassen wir das einfach ausführen. Und dann kommt da eine Bandbreite raus von 1,9 Hertz. Da klicke ich mal auf Prüfen, vorher noch den Punkt durch ein Komma ersetzen, das stimmt. Dann haben wir wieder diese, ähm, Frage. Und da ist jetzt gefragt, wie groß ist die relative Bandbreite? Ähm, und die ist dimensionslos, deswegen steht da keine Einheit. Und jetzt, äh, würde ich die relative Bandbreite so ausrechnen, dass das die absolute Bandbreite ist, geteilt durch die Resonanzfrequenz. Und die Resonanzfrequenz, die kriegen wir raus, indem wir 1 durch die Wurzel rechnen von L mal C. Ähm, das ist auch so eine Formel, die man halt wissen muss oder schnell mal in der Formelsammlung nachschlägt. Ähm, so, und dann gibt das die Resonanzkreisfrequenz und das ergibt die relative Bandbreite. Einmal ausführen, Wert hier rausholen. Und dann ist das ziemlich klein. Weil der halt durch diesen hohen Widerstand und so eine relativ hohe Güte hat, dieser Schwingkreis, das mit der Potenzschreibweise E hoch, E minus 3, das sind ja nicht E hoch, sondern 10 hoch minus 3, sollte ja eigentlich auch akzeptiert werden. Ich klicke mal auf Prüfen, ähm, das passt. Ja, hier unten steht, okay, das sind 0,00 und so weiter. Ziemlich klein eben, wegen, wegen hoher Güte. Okay, nächste Frage. Wir sind auf der Hälfte, Frage 15 von 30. Ein ohmschkapazitiver Verbraucher, das ist doch, ähm, dieses Skript hier, ähm, ist und so weiter. Und wie muss eine dem Verbraucher parallel zu schaltende Spule sein, damit sie den Leistungsfaktor auf 1 erhöht? Oh, das ist mal eine gute Frage, da muss man, kann man tatsächlich mal noch einen kurzen Moment drüber nachdenken. Also wir könnten mal, ähm, von diesem ohmschkapazitiven Verbraucher das QC ausrechnen und das wäre sowas wie der Imaginärteil, ähm, von dieser komplexen Scheinleistung, die wir schon ausgerechnet haben. Und jetzt muss, ähm, wenn wir einen Leistungsfaktor auf 1 erhöhen wollen, muss natürlich das QL, ähm, betragsmäßig genauso groß sein. Ich schreibe mal, ähm, hier das QC ist ja im Normalfall negativ, da schreibe ich mal Betragsstriche drum, das muss jetzt genauso groß sein. So, und jetzt kann man sich überlegen, wie kann man die, ähm, Blindleistung an der Spule ausrechnen. Ähm, und die ergibt sich halt aus U² durch, ähm, mal Leistung ist ja wie, äh, I² mal R, U² durch R oder in dem Fall eben U² durch XL. Und XL ist, äh, der Blindwiderstand der Spule, das ist das gleiche wie Omega mal L. Und das L ist jetzt gesucht, ähm, also die Spule. Und wie kriegen wir die jetzt raus? Indem wir, ähm, das L hier hoch multiplizieren und den Betrag der, äh, der kapazitiven Scheinleistung darunter. Also müsste da stehen, also erstmal das QC ist der Imaginärteil von diesem komplexen S, was wir hier oben ausgerechnet haben. Und, äh, jetzt wollen wir halt das L rausbekommen aus U² durch Omega und durch den Betrag von dem QC. Okay. Und dann kriegen wir die Induktivität raus in Henry. Ähm, und die müssen wir noch in Millihendie umrechnen, indem wir halt mal 1000, äh, das multiplizieren. Das mache ich aber erst nachträglich. Ich führe das mal aus. Guck mal, was da rauskommt. Und das rechne ich jetzt noch mal 1000. Und dann sind das 275,02. Und klicke mal auf Prüfen. Und das passt. Okay. Nächste Frage. Eine Parallelschaltung. Das ist das Skript hier. Ähm, und gefragt ist, wie groß ist der Blindwiderstand der Induktivität? Also die Reaktanz, Imaginärteil der komplexen Impedanz der Induktivität. Das ist, ähm, das hier einfach von dem der Betrag. Ich lasse das mal ausführen. Ähm, und sage ABS von dem. Oder ich könnte auch sagen, der Imaginärteil von dem. Das ist halt das gleiche. 66,8. Gerundet. Klicke mal auf Prüfen. Okay. Das funktioniert. Nächste Frage. Ein Widerstand und so. Die bilden einen Parallelschwingkreis. Da hole ich das Skript für einen Parallelschwingkreis raus. Gefragt ist nach der Güte. Die Güte ist Q vom englischen Quality Factor. Und die ergibt sich einfach aus dem Reziproken der relativen Bandbreite. Und dann lasse ich das ausführen. Lass mir das Q anzeigen. Ähm, wir hatten ja vorher eine relativ kleine relative Bandbreite. Dementsprechend auch eine relativ hohe Güte. Das sollte stimmen. Okay. Ein Widerstand. Ähm, und so weiter. Das ist die gleiche Frage. Wie groß ist die Resonanzkreisfrequenz? Die haben wir schon mal ausgerechnet. Kann ich mich dunkel dran erinnern. Die hieß Omega R. Ähm, in der Einheit 1 durch Sekunde. Das Komma 0 lösche ich einfach mal weg. Klicke auf Prüfen. Das passt. Ist richtig. Nächste Frage. Ähm, wir haben wieder den ohmskapazitiven Verbraucher. Diesen hier. Ähm, und jetzt ist gefragt nach dem Leistungsfaktor des Verbrauchers. Ähm, der Leistungsfaktor ist das, ist das Cosinus Phi. Ähm, naja, und das Phi kriegen wir jetzt zum Beispiel raus als Winkel der Impedanz. Ähm, und können das ausrechnen. Oder ich mache mal noch als Probe. Also wenn wir den Realteil dieser komplexen Scheinleistung nehmen, äh, dann ist das ja die Wirkleistung. Und die Wirkleistung durch die Scheinleistung, durch den Betrag von dem hier, äh, das sollte eben auch den Leistungsfaktor des Cosinus Phi ergeben. So, also lasse ich das mal ausführen. Ähm, dann können wir uns den Winkel suchen von der komplexen Impedanz. Das ist der Winkel. Und neben von dem, den, und der ist auch negativ, weil es ja oben skapazitief ist, neben von dem den Cosinus, kommen dann 0,33 raus. Oder ich nehme die Wirkleistung durch den Betrag der komplexen Scheinleistung, kommt das gleiche raus. Äh, kleine Probe hat noch nie geschadet. Ähm, passt. Okay, sehr schön. So, wir sind bei der 20. Frage. Zwei Dritte sind geschafft. Ein umskapazitiver Verbraucher, das ist genau das Skript, wie groß ist der Effektivwert des Spannungsabfalls über dem Widerstand? Ähm, da kann ich solche ähnliche Formel benutzen wie diese hier. Eine Spannungsteilregel UR ist R, die Impedanz, wo die Spannung drüber abfällt, durch die Gesamtimpedanz mal die Gesamtspannung ergibt die Teilspannung als komplexen Zeiger. Und jetzt interessiert mich nur der Effektivwert, also dessen Betrag 58 Volt. Wenn ich da 100 irgendwas draufgebe, klingt das nicht allzu unplausibel. Klicke ich mal auf Prüfen. Ähm, okay, das stimmt. Nächste Frage. Eine Parallelschaltung, ähm, suche ich erstmal das Skript raus für die Parallelschaltung. Wird, äh, äh, ähm, gespeist und so. Wie groß ist der Effektivwert der Spannung, die über dieser Parallelschaltung abfällt? Ähm, da müssen wir mal schauen, wie wir die am besten ausrechnen. Wir haben ja schon die Gesamtadmittanz, ähm, und jetzt kann man halt sagen, U ist, ähm, Z, Gesamt, U ist R mal I. Den Strom haben wir auch, den Gesamtstrom. Jetzt bräuchte ich nur noch die Gesamtimpedanz. Die kriege ich halt raus, indem ich einfach das Reziproke nehme der Admittanz. Ich hätte jetzt auch einfach I durch Y Gesamt schreiben können. Vielleicht brauche ich die Gesamtimpedanz nochmal. Mal so ist es für mich jetzt auf jeden Fall, äh, nachvollziehbarer. Ähm, Impedanz ist die Reziproke Admittanz und U ist Z mal I. Und dann kriegen wir die Spannung raus. Und lasst das mal durchlaufen. Und gebe die Spannung raus, die ist natürlich komplex. Von der brauchen wir den Betrag. Das sind 51,8. Punkt durch Komma ersetzen, prüfen. Okay, passt. Die 22. Frage. Äh, wir haben wieder diese Spannungen. Ich gehe hier rein. Und jetzt interessiert uns der Mittelwert. So, und wie kriegen wir den Mittelwert raus? Ähm, indem man über die ganzen Spannungen integriert und dann durch die Periodendauer teilt. Also, wir brauchen erstmal diese Formel ohne die Wurzel ringsherum und ohne diese Quadrate hier. Und dann sollte das eigentlich schon alles sein. Und dann sollte der Mittelwert natürlich, den ich hier ausrechne, weil die ganzen Spannungen ja negativ sind, negativ sein. Und auch wieder irgendwie zwischen minus 3 und 6 liegen. Also zum Beispiel bei minus 4,05 irgendwas. Klingt logisch. Okay, ist auch richtig. Nächste Frage. Ein ohmschkapazitiver Verbraucher. Suche ich erstmal das Skript raus. Ähm, und dann ist gefragt, welche Blindleistung wird im Verbraucher umgesetzt? Die habe ich hier schon mal ausgerechnet. Ähm, und jetzt müssen wir aufpassen. Genau, also imaginär Teil der komplexen Scheinleistung. Ähm, es ist ein ohmschkapazitiver Verbraucher. Diese Blindleistung hier, die sollte auch tatsächlich negativ sein. Minus 433. Passt. Nächste Frage. Eine Parallelschaltung. Ich suche das Skript für die Parallelschaltung. Wie groß ist der Strom durch die Induktivität? Und wie groß ist dessen Effektivwert? Dafür nehmen wir wieder eine Stromteilerregel. Und, äh, nehmen wieder den, die Impedanz des Zweiges, wo der Strom nicht durchfließt. Das ist der Widerstand durch die Gesamtimpedanz mal den Gesamtstrom. Ähm, das IL ist ein komplexer Zeiger. Von dem interessiert mich der Betrag. Und das sind 0,775 Ampere. Im Verhältnis zu diesen 1,6 Ampere Gesamtstrom klingt das vernünftig. Und stimmt auch. Okay, dann sind wir bei der 25. Frage. Wir haben wieder den ohmskapazitiven Verbraucher. Ähm, und es ist nach der Wirkleistung gefragt. Und die Wirkleistung habe ich hier in dem Skript auch schon mal ausgerechnet. Das ist das P hier unten. Das muss ich mir einfach nur mal anzeigen lassen. Das sind 155,2. Und gehe auf Prüfen und das stimmt. Nächste Frage. Äh, wir haben den gleichen ohmskapazitiven Verbraucher. Wie groß ist der Blindwiderstand? Der komplexen Impedanz der Kapazität. Äh, den, die Impedanz der Kapazität haben wir hier schon mal ausgerechnet. Und von der brauchen wir jetzt halt den Imaginärteil. Ich lasse das zur Sicherheit noch mal ausführen. Ähm, gebe mir mal das ZC aus. Und, na klar, der Imaginärteil ist das, was da halt hinten steht. Und der sollte auch negativ sein, weil das ja eine, ja, eine Kapazität ist. Die hat einen negativen Blindwiderstand. Und aus dem Punkt muss ich noch ein Komma machen. Das passt. Wir sind wieder bei der dualen Schaltung. Und jetzt ist nach der Kapazität gefragt. Und dann nehme ich hier noch mal eine andere Farbe. Und versuche mal noch, äh, mal hier das kurz zu skizzieren. Also jetzt sind wir, suchen wir das C hier. Und damit das passt, brauchen wir natürlich das L. Und das, was hier vorsteht. Ähm, ne, also das muss auf beiden Seiten sein. Also groß sein, gleich groß sein, damit diese Gleichheitszeichen an der Mitte funktionieren. Also ergibt sich das C der dualen Schaltung aus dem L mal 6. Ähm, der originalen Schaltung. Und, na ja, jetzt kann man über die Einheiten nachdenken. Wenn man da noch durch Ohm teilt und so, dann passt das auch. Dann wird aus, also ne, durch Ohm Quadrat teilt. Dann wird aus der Induktivität tatsächlich eine Kapazität. So, also gebe ich mal das C aus. Ähm, und das soll, soll ich jetzt in Millifarad angeben. Also muss ich das C noch mal 1000 oder mal 1 E3 rechnen. Dann sind das 60. Ähm, und das gebe ich hier mal ein. Und klicke auf Prüfen. Und dann stimmt das. 60 Millifarad. So, wir sind bei der vorvorletzten Frage. Ähm, und da ist nach dem Parallelschwingkreis wieder gefragt. Also suche ich das Skript raus für den Parallelschwingkreis. Und es ist die Resonanzfrequenz gefragt. Ähm, also das Omega F. Und jetzt mache ich die gleiche Rechnung wie hier oben. Ich nehme das Omega R und teile das durch 2 und durch Pi. Und dann kriege ich das eben nicht in Radiant pro Sekunde raus, sondern in Hertz. Ähm, und das sind 400, noch was? 436. Noch mal kurz gucken. Ähm, durch 2 durch Pi. Ja, das wird so stimmen. Klicke mal auf Prüfen. Und das stimmt auch. Das ist die richtige Antwort. Wir sind bei der vorletzten Frage. Ähm, die behandelt noch mal den umskampazitiven Verbraucher. Und jetzt ist gefragt, welcher Blindwiderstand, ähm, muss eine parallelzuschaltende Spule haben, damit sie den Leistungsfaktor auf 1 erhöht. Das ist wieder die Fragestellung, die ich hier drüben schon diskutiert habe. Jetzt ist aber das XL gesucht. Also wir müssen nach dem XL umstellen. Ähm, und das heißt, das XL, rechne ich mal hier aus, das XL ergibt sich einfach aus dem U² durch, ähm, den Betrag der, ähm, Blindleistung an der Kapazität. Ähm, ich denke mal einmal ganz kurz über die Einheiten nach, aber das sollte so passen. Und wenn man jetzt das XL, klar, das noch mal durch Omega teilt. Wir hätten jetzt auch das L halt mal Omega rechnen können. Äh, vielleicht, vielleicht machen wir das gleich mal noch als Probe. Also erst mal das XL ausgeben. Das ist jetzt in Ohm. Wenn ich das L nehme und mal Omega rechne, das L, was wir schon vorher ausgerechnet haben, kommen wir auf den gleichen Zahlenwert. Das sollte stimmen. Ähm, wäre vielleicht die einfache Rechnung gewesen. Keine Ahnung. Ich klicke mal auf Prüfen. Passt. Okay. Und damit kommen wir zur letzten Frage. Und die bezieht sich noch mal auf den Ohmsch kapazitiven Verbraucher und, äh, fragt, wie groß ist der Phasenwinkel der komplexen Impedanz der Reihenschaltung? Die komplexe Impedanz dieser Reihenschaltung, die steht hier oben, Z-Gesamt. Ich lasse es zur Sicherheit noch mal durchführen. Und jetzt brauchen wir eben den Winkel dieser komplexen Impedanz mal 180 durch Pi. Und das sind Minus 70,3. Auch das ist, ähm, wieder logisch, dass sie negativ ist, weil es ja ein Ohmsch kapazitiver Verbraucher ist. Ähm, Minus 70 Grad ist auch sinnvoll. Ich glaube, vorhin hatten wir auch Plus 70 Grad für die Admittanz. Dann kommt natürlich für die Impedanz genau das Negative bei raus. Kann ich ja auch noch mal hier kurz prüfen, wenn ich, ähm, aus dem Z mal einfach ein Y mache. Ähm, klar, dann ist das der gleiche Winkel, bloß mit umgekehrtem Vorzeichen. So, und damit sind alle Fragen beantwortet. Ich schließe den Versuch ab. Äh, alles richtig. Ähm, ja, so kann man es machen. Klicke mal auf Abgabe. Ähm, okay. Also, so wäre mit, man hat einen Computer zur Verfügung. Man, äh, das hier kann man natürlich, was ich jetzt hier drüben gemacht habe, auch einfach sich mit Zettel und Stift aufschreiben, damit man das jetzt besser in dem Video sieht, habe ich das natürlich mit digitaler Tinte hier aufgeführt. Auf dem Bildschirm geschrieben. Ähm, ja, ansonsten eine sehr schöne, schlanke, schnelle Möglichkeit, diese 30 Fragen mit randomisierten Zahlenwerten und unterschiedlicher individueller Reihenfolge relativ schnell und relativ schlank und mit relativ wenig Fehlerpotenzial zu lösen. Ehm, ja, ansonsten. Ehm, ja, ansonsten. Und es ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das, was ich jetzt hier drüne.